So, weiter geht's. Weiter geht der Aal, Junge. So. So. So, so, so. Ah, du Scheiße, Alter. Die alten Knochen hier. So. Erstmal einen schönen Monster reinkloppen hier. Logisch. Ja. Ach ja. So. So. Ein bisschen leiser machen den Aal. So, Junge. So, ich muss mich erst mal hier orientieren. Ich meine, es war, ach so, hier sind wir, ah, hier sind wir. Ja, logisch, Alter. Ja, Salome. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wie geht's dir, Alter? Hast du die, hast du die Krise verdaut, Alter? Ansonsten bleibst du einfach hier, Alter. Also, ich hab, äh, ich hab Time, Alter. Und noch her, Alter. Ja, wenn nicht, Alter. Oh, Shit, Alter. Dann wollen wir natürlich noch ein bisschen nachher durch die Gegend. Ist auch kein Problem damit. Ist ein FIFA oder so. Was ist denn Weg, Alter? Easy going. Ja, also, aber jetzt erst mal muss ich das DLC hier knüppeln, Alter. Ich bin, ich bin nur fucking hyped, sag ich dir. Ich hab auch schon von den ersten Bossen richtig derweil auf den Schädel bekommen. Also, von daher gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ob jetzt besser läuft. Warte mal, wer war denn, was ist denn mit dir, Alter? Bam, Alter! Ha! Rufe auf den Schädel. Ja, selami. Und raus. Und rein. So. Hier bin ich schon gewesen, hier bin ich schon gewesen. Ah! Bin ich ja mal gespannt. Ach, das sind, ah! Ah, ja, 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 ja. Grüß dich. Grüß dich. Warum bin ich ein Sturm eigentlich vorhin? Ach so. Ah, okay. Weil hier irgendwie zwei von denen waren, oder? Der eine hatte mich irgendwie ein bisschen überrascht oder so. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, danke, Bruder. Mein Gott, Alter, geht da hier schon mal richtig gut los. Das geht denn hier richtig gut los. Ja, ja, der Schaden ist hier geisteskrank, Alter. Ich krieg hier zwei... Was ist denn hier los? Das, was für Arzten, Alter, kann ich euch hier treffen? Nee. Warte mal. Nee, geht nicht. Ach so, natürlich wird auch das jetzt hier wieder hoch geloadet. völlig logisch. Und rein. Ey, alter. Erstmal schöne Backpfeife gegeben hier. Faden. So wie das, was bei manchen aus dem Ärmel raushängt. Jawoll. Oh nein. 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 Eigentlich drückt. Also der ist halt auch so langsam mit seiner Waffe hier, der Kunde. Das ist wirklich teilweise eine Katastrophe hier. Muss ich ehrlich sagen. Andere Seite. Okay. Ich bin sehr gespannt auf den Boss hier in diesem Gebiet. Also hier wird safe ein Boss geben. Da bin ich sehr gespannt, was das sein wird. Lagerraumschlüssel. Stark. Ich weiß nicht mehr, wo der Lagerraum ist, aber den Schlüssel haben wir schon mal. Da hinten war auch noch ein Weg, den ich eigentlich... Oh nee, Digga. Und rein. Oh ja, alter. Fuck. Ey, wenn der mir jetzt eine drischt, dann bin ich tot, alter. Aber wenn ich dir einen reinzecke, alter. Und noch so ein Ding. Bam, ey. Das sieht aber auch immer aus wie so eine Fliegenklatsche oder so. Mit der breiten Seite so eine auf dem Schädelhaus. Wunderbar, Bruder. So. Ach, hier liegt noch was. Okay. Ja, okay. Mega. Kein Geheimnis voraus. Ja, danke dir. Danke für den Tipp, mein Lieber. So. Ja, egal. Links versuchen. Erstens links. Okay, dann gehen wir erst mal links lang. Dann wird hier was. Die komische... Oh, da sind sie. Ja, ja. Ich bin leider da. Warte mal, Jungs. Erstmal... Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Katastrophe. Oh nee. Ach, Digga, alter. Er hat mich getroffen. Er hat eine Idee getroffen, der Hans-Wurst hier, alter. Ey. Ja, bitte. Was ist das hier, alter? Wie damals in der Jugendherber, alter. Ja, Level 1, alter. Perfekt. Was ist der Hobel in meiner Hand? Das Ding hier? Das ist mein Sauerstab, Junge. Das ist der gute... Oh nee. Ich muss los, alter. Und ganz schnell müssen wir hier raus, Junge. Rette mich. Aha. Oh, hier, Bruder. Oh nee. Ja, oh man. Ich hasse so eine scheiß Viecher, alter. Ja, und Klong. Der kommt ja nicht raus, oder? Der kommt nicht raus. Okay, pass auf. Jawohl. Ja, wenn ihr kommt, hier weg, 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 alter. Alter, der Ulta-Instinct, oder was? Warum hat der... Hey, hey, hey. Mann, alter. Diese Drecksviecher, alter. Pass auf, jetzt. Ja, wenn ihr, Junge. Zaaack. Ja, ich glaube, das ist nicht nur Mr. Krabs größer Onkel. Das ist hier... Oh. Das ist hier, äh, wie... Ach nee, Larry, Larry war ja der Hummer, oder? Ey, warte mal. Wir können doch irgendwas. Oh nein. Aber pass auf, Junge. Oh nein. Oh doch. Ich hab ihn getroffen, alter. Ehre. Alter, der sieht irgendwie anders aus, oder? Was für... Ah, guck. Der kann noch so eine Scheiße hier. Ja, natürlich. Es musste ja so sein. Es musste ja so sein, dass er mich hier noch trifft. Aber haben wir hier nicht irgendwas gesagt, von wegen, hier ist, äh, eine Gnade, oder so? Oder bin ich hier wieder irgendjemanden, ne? Vorsicht vor links. Hm. Also, hä? Das... Hm. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, mir splietcht. Ja, genau. Ach ja, okay. Jetzt hat sich ja richtig gelohnt. Ich hab schon wieder... Ich hab jetzt schon wieder vergessen, was ich gerade aus dem Raum da rausgeholt hab. Da lag ein Item. Okay. Aber ich hab vergessen, was es für eins war. Abkürzung. Okay, können wir hier irgendeine Tür eintreten, oder was? Nee, hier ist ein Aufzug. Okay, ist auch gut. So, ich würd sagen, ab nach Malle, oder? Ah, hier ist diese Riesentür hier. Ja, ja, okay, verstehe. Nee. Oder muss ich hier durchdrehen an dem Hebel? Ja, anscheinend. Mal auf den Aal hier. Zang. Ja, warte mal, warte mal. Ah ja. Ja, ja, doch, hier war ich vorhin schon. Hier ist die Gnade gewesen, ne? Hier rechts? Ja, genau. Perfekt, perfekt. Ah, die will ich jetzt nicht aktivieren, dann sind wieder alle Gegner da. Ja, ich hab keinen Bock drauf. Das geht doch nicht. Eine neue Mütze wäre eigentlich mal nicht verkehrt hier. Sieht einfach aus wie der größte Bettler überhaupt. Von so einen Leuten wirst du in der U-Bahn meistens voll gequatscht. Die haben teilweise auch so ein Schwert dabei hier. Oder ein paar, äh... Ein paar Türkenkoffer. Im Sinne von Plastikbeutel. Zack, weg mit dir. Ne, von da bin ich doch gekommen, oder? Bin ich nicht von hier gekommen? Was sind eigentlich die Prediction jetzt hier für... Oh, nee, Digga. Oh, ja, 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 ja. Ja! Geil! Und zack, und zack, und weg den langen Hals, Junge. Scheiße. Der, der Schaden hier ist wirklich... Der ist schon wild. Kommt hier irgend so ein Federvieh angeflogen, oder gibt dir hier erst mal? Hier sind zwei. Ja. Hallo, da kommt einer. Willst du den mal anvisieren hier, Bruder? Zack. Zack. Oh, hat der, hat der die Flaschen aufgefüllt? Nee, hat der nicht. Scheiße. 4-1 für Deutschland. Okay, ich bin gespannt, ob das... Ob das gut altert, oder nicht. Aber das wird krass schwer werden. Schmiedeschön, der wird zwar jetzt auch bodenlos. Wirklich bodenlos mir so eine Grütze hier anzubieten. Also, 4-1... Boah. Gut, dass du so optimistisch bist, aber... Ich sehe da keinen 4-1 morgen. Also jedenfalls nicht für Deutschland. Das wird dann entspannt, das 7-1 werden. Nee, da bin ich auch noch nicht gewesen. Okay. Krass, ich muss mir das alles merken. Dass ich da wieder zurückgehen kann. Ich habe jetzt schon so viele Wege gesehen. Verborgener Fahrt voraus. Ja, ja, ja. Überall kann ich hier hin. Überall. Was ist mit dir da? Ja, warte mal. Hieß das nicht? Nee, nee, nee. Du bleibst schon hier, Alter. Nee, goldenes Horn. Boah, wer ist er denn da oben schon wieder? Nee, nee, nee. Weg. Weg, weg, weg. Ja. Also 4-1 für Good Old Germany. Oh, Mann, Alter. Na ja, pass auf. Bruder Jakob, Alter. Den anderen Atzen. Oh, was? Au, ja. Bah, mein... Äh? Ich habe einen Zaubestab in der Hand. Was zur Hölle? Oh, nee. Ach, blöd, ich jetzt deswegen sterbe. Wäre so unnötig. Das wäre so unnötig. Oh, weil ich den Zauberstab... Ich schlage die Puffer mit dem Zauberstab, Alter. Das gibt es doch nicht, ey. Das wäre... Ach, ja, okay. Hm. Ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Erst, wenn ich den... Ach, ja, Alter, okay. Hm. Erst, wenn ich hier... ...den Bossfett habe und da 80 Mal gestorben bin. Dann können wir noch mal darüber reden, ob ich ruhig bleibe oder nicht. Ah, ist schon... ...ist schon bitter gewesen. Ja. So einfach kann es gehen, Alter. Warum habe ich da jetzt schon wieder so reingeschissen, ne? So, wo bin ich denn lang... Ey, wo bin ich denn lang gelaufen? Hier? Nee, hier war es nicht, oder? War es hier? Weg mit dir. Keine Zeit. Nee, warte mal hier. Doch, 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 doch. Oh. Ach, den Wichser. Ihn vergesse ich auch jedes Mal, Alter. So. Stark. So, hier. Habibi, Alter. Boom. Alter. Jawoll. In Marinda. In Linda. Alter. Alter, das gibt es doch nicht. Was ist denn los mit euch? Ich meine... Ich würde euch ja einfach auch leben lassen. Ich habe ja nichts davon, euch jetzt zu töten. Die Punkte hier. Aber die sind immer ganz schön frech unterwegs. Ja, 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 hier, 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 lang, oh, die dreckigen Geier, Alter. Oh, nein, nein, nein. Ich habe ja schon ganz vergessen hier. Da sind meine, meine Kronjuwälen liegen da rum. Und meine Ruhe. Ah, was kommt der denn schon wieder her? Oh. Jawohl, was war das? Der ist da gerade abgestürzt. Nein. Nein. Oh nein, einmal nicht aufgepasst. Was sind die denn? Was sind die denn? Was ist denn jetzt? Das wird es mir erzählen. Kommt ihr nicht mehr hoch? Komm! Runter! Boom! Boom! Okay, dann scheiße auf die anderen Atzen. Sie hat das goldene Horn, das silberne Horn. Weiß ich auch noch nicht, was man damit machen kann. Aber warte mal. Kommt er? Ah ne, das ist Quatsch. Wo ist er? Da hinten ist er. Habibi, komm her. Eins, zwei, drei, vier. Oh, er ist nicht tot, er ist nicht tot. Und schon wieder. Nein, 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 nein. Jawohl! Wir gehen hier kein Risiko ein, warte aus dem Weg. Das machen wir nicht nochmal hier. Oh, okay. Einstecken, final. Das ist so krass, man. Ich bin gespannt, was hier für ein Boss auf mich wartet. Da bin ich... Hier kann man auch wieder runter? Hier kann man auch runter. Ey, heftig. Das ist alles so krass verwinkelt hier. Wie die Spandauer Winkelgasse. Also... Mh... Naja. Kollege, Junge. Zack. Verwongelt. Der genießt die Ausblicke hier runter. Schade. Mann, Alter. So. Da. Wir gehen ja kurz hier lang. Alter, hier kann ich mich gut buffen, auf jeden Fall. Erstmal den Dicken hier wegmachen. Ja, alles war cool. Cool, cool. Mann, ihr Hässlingen, Alter. Alter. Alter, da ist ja noch einer von dem. Oh, ey, Alter. Jawohl. Immerhin habe ich einen Mittelblock. Ach, Mann, Alter. Wirklich wahr jetzt? Ey, das kann doch aber wirklich jetzt nicht wahr, Steiner. Dass du hier gefühlt nach jedem Angriff tot bist, Junge. Scheiß auf dich, bin ich ehrlich. Oh, nein. Er wird mich so... Ah, nee, weg, 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 weg. Nee, 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 nee. Mann, Alter. Das ist aber auch wirklich jeder Gegner, die hier eine Packung einschenkt, ja. Oh, ich habe ihn vergessen. So ein zehntmal. Ich erschrecke mich schon wieder. Okay, oh, nee. Nee, nein. Oh, der... Alter, was ist denn das? Der kommt mir hinterher gebrannt. Oh, um Gottes Willen. Ich bin schon wieder tot, Alter. Oh, nein. Nein, bitte. Tut mir den Gefallen. Tut mir keinen... Geh doch hoch! Warum geht denn die Scheiße? Alter, nicht hoch! Oh, was ist das jetzt für eine Pisse hier? Oh, nee, Alter. Nee, geh doch hier in die Winkelgasse rein! Mann, bist du schon wieder bescheuert hier, oder was? Ja, 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 super. Warum bist du diese beschissene Leiter da nicht hochgegangen? Als ob, Junge! Was rennt denn dieser Knecht mir hier die ganze Scheiß-Zeit hinterher, Alter? Um Gottes Willen, Alter, wirklich. Ach, du Scheiße ist das... Jetzt fängt er... Äh, 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 jetzt... Hä, Alter? Wieso hält denn der jetzt auf einmal so viel aus? Wieso hält der jetzt... Warum hat der jetzt so viel ausgehalten, plötzlich? Das ist doch eine Scheiße hier schon wieder, ja. Also, wirklich. Das verstehe ich... Äh, mein Opa, Alter. Ja, 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 ja. Es ist immer ganz wichtig, dass noch irgendein Knilch hier um die Ecke kommt. Na, Opa? Ja, ja, diesmal eigentlich... Aber diesmal... Weg mit dir, Alter. Weg mit dir. Hier. Hä? Was verstehe ich jetzt hier noch nicht? Hier, ordentliche Schelle, Alter. Boom. Boom. Ey, krass. Ja. Was gibt er mir? Schmiedestein. Alles. Alles nicht gebraucht. Weg. Oder muss ich von der Seite... Ah, ich hätte von der Seite an die Scheißleiter gemusst. Mein Gott, Alter. Ja. So. Das ist bei mir die ganzen Geier hier. So, wo kam denn der andere Werner eigentlich? Ach, da oben. Kann ich dich von hier treffen, Atze, Alter? Ja, los. Komm runter. Und weg. Komm runter. Das ist ja nur für alle da, Alter. Genau. Wir gehen hier kein Risiko ein jetzt, Alter. Schön. Wir gehen hier ein Kreuz. Der hält auch schon wieder mehr aus, oder? Na, schön auf die Kniescheibe. Weg mit dir. Besser ist der Junge. Ich habe schon wieder vergessen, was hier das Problem war. Warum ich hier abgenippelt bin. Ach so. Na klar. Wegen der ganzen Großfamilie hier schon wieder. Komm her hier, Kollege. Oh nein. Oh nein. Oh boy. Put den da hinten. Auf. Weg machen. Und auf. Ach so. Okay. Ich sehe gerade. Weiter geht mein Buffer aber nicht, ne? Oh nee. Nee, nee, nee. Wir gehen einfach wie Tony Hawk, Alter. Ah. Ich habe hier angejumpt, Alter. Und dann kommt weg. Nee, warte mal. Da war noch einer. Wer ist denn hier der Zauberer hier? Oh. Was hast du gedacht? Oh, Kollege. Aus dem Weg, Junge. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ach du bist das Tier. Du kriegst erstmal so ein Backstab, Alter. Ach schade. Okay, dann nicht. Dann nicht, Bruder. Silbernes Horn. Ja, weiß ich nicht, ob ich damit machen kann. Aber hier ist wieder eine Verstärkung. Digga. Ach so. Ich dachte gerade. Ich habe schon wieder fast geschwitzt hier. So. Machen wir hier eine neue Gnade auf oder so. Das wäre nicht verkehrt. Rechts versuchen. Ja, okay. Nee, Moment. Ja, da ist noch einer auf der anderen Seite. Und weg. Oh mein Gott. Warte mal. Vielleicht sind es Steine. Oh, Scheiße. Oh, er spleacht hier aber aus. Okay. Alter, okay. Den hat er eigentlich ein bisschen sauer gemacht, glaube ich. Alter, der rastet ja richtig aus da unten. Okay, ja, dann gib mir mal erstmal den. Haha, Level 1. Mann, Alter. Ja, her hier. Nein, ich habe den falschen Zauber. Fliegt der so weit? Ja, fliegt so weit. Bam, Alter. Krass, ich muss mich heilen, Alter. Ich muss mich einfach heilen, weil die mich hier sonst jedes Mal weghauen würden. Du kriegst jetzt hier die volle Packung, Alter. Boom, Junge. Perfekt. Ätzeler. So, Dunkelschmiedestein, Level 1. Was ist er denn? Ich muss nicht mehr haben, so eine hässliche Kreatur, Alter. Oh, was? Jo, warte, 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 warte. Warte. Was hat er denn gerade gemacht? Wer war er denn? Starker Feind voraus, ja. Ja, würde ich auch so sagen. Der hat ja locker 6.000 Lebenspunkte gehabt. Ja, genau so trifft dich der Malle-Urlaub, Alter. Mitte ins Herz. Ah ja, guck mal hier. Wunderbar, Junge. Schön. Schön, schön, schön. Da hörst du mein Brech. Oh, was ist denn hier? Hier ist ein Boss, Alter. Hier ist ein Boss. Oh nein, ich bin noch nicht bereit dafür, Alter. Nee, jetzt geht's gar nicht los, Alter. Wer wartet denn hier auf mich jetzt? Ich hab doch das Ganze ge... Oh nein, aber jetzt ist hier nicht dieser Atze drin, oder? Der Hauptboss hier? Das wär auf alle Fälle sehr kritisch, wenn der jetzt hier schon erscheint. Aha, okay. Ja, toll, dass ich diese Scheiße hier die ganze Zeit aufwerten kann. Aber ich selber? Ja, 50.000 Punkte. Das... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das wäre viel zu früh jetzt. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, wenn der das jetzt... Nee, ist er, glaube ich, nicht, oder? Morgen. Ja, warte mal. Warte mal kurz hier. Wer ist das? Ach, der! Hm. Warte mal kurz. Der hat Pfandflaschen dabei, oder was? Der klimpert ja so. Okay, gucken wir uns jetzt wieder an. Jawohl! So, wir haben es jetzt 21.08 Uhr. Mal gucken, wie lange wir für den Atzen hier brauchen. Oder ob das heute schon Feierabend ist. Junge, Alter. Der hat auch eine Kauleiste, Junge. Wie der Träger, oder? So, wer bist du jetzt? Komm, wir machen jetzt erst mal. Erst mal. Jawohl! Was ist das? Ist das hier der Dyson vor 15? Verpiss dich! Hallo, ist gut jetzt. Wie, warum klappert der denn so? Beine! Ey! Oh, shit, Alter. Oh! Jawohl! Jawohl! Ein Hit, ich betrug! Jawohl! Jawohl, Alter, ein Hit. Und, ey, das ist so krank, Alter, dass ich hier keinen Schaden mache. Das ist so heftig, dass ich hier einfach keinen Schaden auf die Atzen mache. Das ist echt eine wilde Geschichte hier. Da komme ich nicht drauf klar. So, pass auf. Oder jetzt hier ist Kamehameha. Ey, mach mal! Oh, ey, 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 mach, 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 mach! Oh, ja, er springt einfach durch. Jawohl! Ey, ist das, ist das? Ja, okay. Das müsste aber auch irgendwie eine neue Mechanik sein, Alter. Das ist normalerweise hat dieser, ähm, geil, hat dieser Strahle. Oh, mein Gott! Jawohl! Normalerweise konntest du jeden Boss damit staggern mit diesem Azur, äh, Strahl. Und jetzt, jeder, jeder Boss im DLC springt da einfach durch. Das ist, eigentlich ist es voll sinnlos. Eigentlich ist es voll sinnlos, die Scheiße mitzunehmen. Bringt gar nichts. Also, bringt wirklich nichts. So. Dann raus mit dem A, Alter. Also, das ist Terra. Ich kann, was probiere ich das denn? Ich brauche irgendwas. Ich probiere den Mond, Alter. Das, oder? Ja, doch. Ich probiere erst mal den Mond. So, hier. Jawohl. Okay, noch mal in den Barrieren. Ah, ja. Aha. Ey, ey, ey. Ich konnte nichts machen. Ich habe nichts gesehen. Oh, stark. 21 über 10. Drei Versuche, Junge. Das geht schnell. Das muss man ja sagen. Also, das scheint ja wirklich schnell zu gehen hier. Digga, was ist das? Warum machst du hier auf keinen der Bosse Schaden, Alter? Das ist der stärkste Zauber, den ich habe. Oh ja, alles klar. Ja, ich sehe wieder nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ey, ja. Hier, erst mal den Sip nehmen, Alter. Was macht der denn da hoch? Oh. Ich muss rennen. Oh ja, Alter. Keine Chance. Keine Chance, Munurber. Die rennen doch mal weg hier, Alter. Jawohl. Digga, ich habe ja gar keine Chance, Alter. Was ist das denn? Mein stärkster Zauber. Zieht ihm 780 ab, Alter. Haben sie auch ein bisschen übertrieben, oder? Bei From Software. Also, was ist? Was geht in deren Köpfen vor? So, die ganzen normalen Gegner, die hier sind, ist ja alles entspannt, sag ich mal. So, kriegst du weg. Ist jetzt nicht so unbedingt das Problem hier, aber... Dann kommt hier so ein Arzt an, Alter. Jawohl. Ah ja, okay. Jawohl. Kollege. Ich habe den falschen Zauberstab. Oh ja, siehst du, da gibt es schon hier. Oh nein. Mein Bruder. Ich konnte nichts machen, Alter. Ich liege auf dem Boden und kriege trotzdem Schaden, oder was? Was ist das? Ich liege auf dem Boden, kann mich nicht bewegen. Und er klatscht mir trotzdem immer wieder eine rein. Was soll das? Das ist ja schon wieder unfähle Scheiße, Alter. Verpistet, Alter. Oh ja, natürlich. Und gut. Digga, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das kann doch nicht sein, dass du alle Gegner, also alle normalen Gegner, relativ entspannt... Und die Bosse sind einfach so 500% stärker. Was soll das? Erstmal ernsthaft. Das ist ja okay, wenn man eine Herausforderung hat. Aber das ist ja kein Herausforderung. Das ist ja völlig übel. Das ist ja völlig übel. Krass. Krass, Alter. Das ist... Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Bin ich ehrlich. Ist ja... Ich weiß nicht. Mir kommt es so vor, dass auch der Immune dagegen ist. Also ich sehe zumindest nicht, dass ich ihn hier... Oh, kommt da! Bruder, ab in den Mond, Junge. Ja, der schießt mich sogar aus dem Mond raus. Jawoll. Ja, stark, Junge. Ein Angriff, Alter. Das ist eine Scheiße. Ne, bin ich ehrlich? Bin ich ganz ehrlich? Finde ich scheiße. Finde ich krass scheiße, finde ich das. Dass ich nach einem Angriff... Es fehlt so overpowered, Alter. Was ist das denn? Da würde ich auch nicht machen. Ja, ja. Digger. Das ist nicht normal, Alter. Was ist das denn? Nein, das kann nicht normal sein, Alter. Du kommst da an, Alter. Bonk! Du kriegst gleich einen auf den Kopf. Zip, 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 zip. Ja, wir müssen jetzt mal... Weiß nicht, ob man den stunnen kann. Ey, Digger! Ja, warte, warte, der muss... Oh, achso, ich dachte, okay. Ja, 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 komm! Fick ihn! Jawoll! So, jetzt fick ich dich, Alter. Oh, ja, geil. Er lässt sich aber nicht stunnen, glaube ich. Nee. Oh, bock! Doch, 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 ich kann ihn damit stunnen. Oh! Steine von überall. Oh, was ist das denn jetzt? Schnell einen Zip nehmen. Nein, 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 nein! Oh, was ist das? Oh, Gott! Oh, Gott! Da kommt der... Der Ghetto-Log, Alter. Ey, was ist das? Ja, du musst ihn da auch noch einschreißen. Ja, das war's. Ja, das war's. Das war's. Was für eine Rüstung. Ich bin zauber. Der hat keine Rüstung. Ist machbar, Alter. Ist machbar. Ist machbar. Ich muss nur gucken, wie der sich bewegt, halt. Ich muss nur irgendwie... Sein Movement und so muss ich... Doch, doch. Machbar ist es. Aber wenn er mir natürlich hier Insta-Shelle gibt, Juni. Und Zip. Ja, das hier zum Beispiel. Ja. Ich seh' nichts. Ich kann mich hier nicht bewegen, Ruhund. Ich bewege mich nicht. Alter. Ja. Wieso? Trinkt der denn mal Ruhund? Oh, ja, Alter. Ich komm da nicht weg. Ich komm da nicht weg, Alter. Ach, fick dich, Alter. Wirklich. Das ist krass, Alter. Das geht ja auch so schnell. Ich habe nicht mal die Zeit, meine Mimik zu rufen. Ja. Ist schon wieder vorbei hier, Alter. Ja. Was ist das? Das kann doch nicht normal sein. Das ist nicht normal, Alter. Das ist viel zu stark. Ich verstehe mittlerweile, warum die ganzen Leute rumgeheult haben. So wie ich es ja auch gerade mache. Es ist zu stark. Das kann doch nicht sein, dass du hier ankommst und dich jeder Boss quasi one-shotet, Alter. Was ist das, Alter? Nee, das kann nicht sein, Alter. Das kann einfach nicht sein. Das ist krank, Alter. Aber wann soll ich denn das machen? Er ist ja die ganze Zeit an meinem Arsch dran. Ich kann... Es gibt keine andere Möglichkeit. So, wenn ich mich jetzt nicht heile, bin ich one-shot. Ja, okay. Ja, okay, Bruder. Ja. Ich kann nix machen. Krass. Ja, der Mond ist wichtig, Alter. Der Mond ist wichtig. Wenn der Mond hier ankommt... Oh, fuck, Alter. Der trifft mich durch Splash-Damage. Der hat mich gar nicht getroffen. Okay, komm, 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 komm. Komm, der Turm, der Turm, der Turm, ey. Die Scheiße, Alter. Komm, Mimik. Gib ihm. Jawohl. Oh, der schießt sogar Blitze, Alter. Na, geil. Oh, scheiße. Ja, ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was ist das? Ja, es ist vorbei. Es ist absolut vorbei, Alter. Es ist vorbei. Ich kann es vergessen, Alter. Es ist vergessen, Alter. Ich sehe... Es ist völlig... Völlig geisteskrank, Alter. Völlig irre ist das. Völlig irre. Das kann nicht sein, dass ich hier nach einer Schelle jedes Mal, Alter, dass ich nach jeder Schelle hier tot bin. Wie stellen die sich das vor, Alter? Wie soll das gehen? Ich bin auch weggeflogen, aber ich habe mir jetzt den Schaden bekommen. Nein, 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 nein. Warum denn? Der Schaden ist krass, ich habe... Oh, der Scheiße kommt da schon. Feuer. Ich habe ihn gestunt, okay. Mimik! Mimik! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Geil! Oh, mein Gott! Mimik! Ja, bitte! Tu es! Alleine will ich den niemals, alleine schaffe ich den niemals, aber im Leben nicht. Er hat es bis dahin, er hat es bis dahin, Rindlein, Rindlein. Ich glaube, es ist bisher der beste Tag, oder? Oh mein Gott, oh, hab Bock er hin! Mimik! Und? US! Irgendwas! Was macht der? Ach so, der wechselt seine Elemente, oder was? Oh nein, 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 nein! Mimik, tu irgendwas! Oh, wachst du besser! Ja, 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 ja! Komm, 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 komm! Nein, 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 ich bin hier wieder fest! Kann ich mehr. Oh, komm. Er ist doch fast tot! Komm, Mimik! Fick ihn! Komm, fick ihn, fick ihn, fick ihn! Ich fick dich, ich fick dich mit Ansage! So, wie lange haben wir gebraucht? Geht eigentlich, aber ohne Mimik keine Chance, Alter, bin ich ehrlich. Ohne Mimik hätte ich keine Chance gehabt. Geil, Alter, kann ich die Rübe aufsetzen? Na ja, den Aal hier. Oh, hab ich aber... Ah, nee, kann ich nicht aufsetzen. Was macht denn das Ding, Alter? Ja, ich hab geschmissen. Digga, ich hab hier so ne Nuggets unterm Arm, Alter. Scheiße. Aber ich bin ehrlich, ohne Mimik auf gar keinen Fall, Alter. Heftig. Was kann denn der Aal hier? Stärke und Geschick gibt, ja? Aber ich hätte gerne den Kopf auf. Zeig mal hier den Aal. Ich, wenn ich wieder zwei Wochen nicht mehr im Friseur war. Scheiße. Schöner Klump-Kopf, Alter. Geil. Ach, du Scheiße, Alter. Und das ist halt, glaube ich, noch der einfachste von den Bossen, wa? Ach, kannst du vergessen, Alter. Eigentlich müsste ich jetzt abbrechen. Really? Scheiße, ist das heftig, Alter. Das ist echt brutal, Alter. Wirklich, also... Mann, ich hab schon wieder... Ich hab... Was hat denn der noch gegeben? Der hat den Kopf gegeben. Was hat der noch gegeben? Ey, aber der Schaden, den ich mache, der ist unfassbar wenig. Also, das geht gar nicht. Ich meine... Eine Sache, ich weiß. Aber ich muss einmal... Dann werde ich jetzt nämlich nicht mehr ein Schwert aufleveln. Sondern ich werde jetzt meinen Zauberstab hier klar machen. Dann hoffe ich, dass ich da ein bisschen mehr... Action rauskriege. Geht nicht anders. Ich hätte gerne auch das Schwert genommen, aber... So ein Gegner? Also... Lass du die neuen Items... Ach so, ja, stimmt. Irgendwas... Hier. Oh, Sauber-Skalierung geht nochmal um fast 20 Punkte hoch. Und rein. Ähm... Ja, wie war denn das? Das... Das, 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 das... Das, 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 das... Das, das, das... Ne, sortieren, oder? Nach neu. Erhalt reinfolge. Was denn das? Eierstock. Land-Oktopus, alter. Wie, bitte? Ach, ich habe... Ich habe hier noch so eine Scherbe hier. Oder braucht man... Ach so, braucht man jetzt... Auch zwei Scherben, um sich denn zu verbessern, oder was? Ist aber... Hier, Lagerraumschlüssel. Ne, das ist es auch nicht. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Scheiße, ich bin so ein Knecht, Alter. Oder hat der ja auch eine Waffe gegeben? Ne, die habe ich davor schon gehabt. Das ist auch Quark. Ja, gut, keine Ahnung. Systemeinstellungen. Und jetzt? Hier? Was soll ich mir denn hier anzeigen lassen? Ah, hier, das hier. Das wird es wahrscheinlich sein. Hier. Sowas hier. Ne, hä, Gasstein, Alter. Gas. Ich habe schon tausendmal gehabt, die Scheiße. Okay, wir gehen mal hier auf Quest-Sachen oder so. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Ah, aha, 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 okay. Das ist hier auf jeden Fall nichts. Was ist das denn hier? Ach so, ja, stimmt. Na gut, ich hoffe mal, dass das jetzt nichts Wichtiges war, weil ich habe es wie gesagt einfach... Also den Kopf habe ich aufgehoben, okay. Aber egal. So, Zauberstab. Hier, ins Reich der Schatten. Zeit für ein zweites Duell. Aber, ich bin ehrlich, ich bin mit dem Gebiet noch lange nicht fertig. Da waren noch so viele Abkürzungen. Das andere auch noch auf ein. Dann hast du einen neuen... Neun Reiter, Bruder. Ah, okay. Wo war das? Hier. Nee. Also, Zeit für ein... Duell. Der hat hier auch gerade die Exodia beschworen. Also, um Gottes Willen, Junge. Heilige Scheiße, Alter. Ich würde ja auch gerne ohne Mimik oder irgendwie sowas spielen. Weil so mit Mimik spielen und so ist schon... Ist schon ein harter Tobak eigentlich. Ist schon fast ein Cheatcode. Aber dann hätte... Der hätte mich ja so penetriert. Das hätte ich nächste Woche noch gespürt. Aber diese Steinschleuder... Ja, Vaseline, Alter. Ja, hier kann ich meinen Atzen hier verstärken. Ach, du Scheiße, Alter. Ja, okay. Also, hier scheint es ja jetzt irgendwie noch wilder zu werden. Aber eigentlich wollte ich in der Stadt unten... Da waren ja noch so viele Sachen, die ich erkunden kann. Also, eigentlich... Eigentlich würde ich gerne nochmal in die City zurück. Aha. Ich weiß noch nicht. Die quatschen einfach immer nur, oder? Also, die haben... Also, die gab es ja auch schon im normalen Spiel. Ich glaube, die machen nichts, oder? Was? Was? Wie bitte? Achso, achso, okay. Antworte ich später drauf. Oh, nee. Achso, ich komme da gar nicht rein, oder? Dunkelheit. Anscheinend. Nachricht vom Schattenturm. Nachricht aus der Hauptzentrale hier. Ah, das habe ich nicht mehr... Doch. Ah, hier. Ah, geil, Alter. Danke, Martin. Geiler Tipp. Das habe ich vorhin auch gesucht. Silbernes Horn und Goldnes Horn. Habe ich nicht gefunden. Entdeckungen. Achso, das sind dann... Ah, okay. Das sind dann halt wie die Federfüße. Die man, äh... Die man einsammeln kann. Okay. Das ist stark. Okay. So, ich kann nicht lesen. Deswegen könnt ihr euch jetzt selber durchlesen. Liegt im Turm, der von den Schatten versiegelt ist. Wir sind hier richtig... Ich werde den Kreuzen nach Osten folgen. Immer nach Osten, Alter. Ja, der Drachenlord. Eigentlich müsste man so lesen, wie der Lord, Alter. Klo... Klö... Klöten. So, Schatten dorthin. Wir gehen da sicher nicht gehen. Wir sind... Aber wir müssen den Pfad finden, der uns dort hinführen wird. Ich werde den Kreuz nach Osten folgen. Aha. Gibt's denn hier... Ist... Das hier jetzt... Soll hier Westen sein, wahrscheinlich. Okay. Wer ist das hier? Achso. Das war der Atze. Okay. Aber ist okay. Dann kann ich hier wenigstens noch ein bisschen rumsteppen in der... Ja, das stimmt allerdings. Aber halten denn bei euch die Rüstungen mehr aus? Also ich weiß halt nicht, auf was ihr spielt. Ich glaube, auf ein Stärkebild wart ihr. Ich hatte auch überlegt, mir die Rüstung von Radaren zu holen. Weil die verhältnismäßig gute Resistenzen hat. Und auch nicht so schwer ist. Okay, hier können wir also nichts machen. Aber hier kommen wir safe call nochmal zurück, würde ich sagen. Alter, ey. Ist das Fenster offen, Junge? Das Fenster ist offen. Hat die ein GPS? Was für ein GPS, Alter. Ja! Oh Gott, Alter. Ja, ach komm, Alter. So viele Versuche habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Mit dem Mimiktier. Und ein Mimiktier wäre... ...wär Cock gewesen. Da würde ich jetzt hier schon wahrscheinlich... ...meinen Computer-Zoomer auseinandernehmen. So, wie sieht es eigentlich aus? Ist es hier unter ein Geheimgang oder so? Zeig mal. Jawohl! Äh, nee. Sieht nach Tod aus. Das Ding... Aber guck mal, er will ja, dass ich hier... Nee, er will, dass ich da in die Richtung gehe. Okay. Ey, Mogelbaum. Nee, Mogelbaum. Nee, Potrott. Potrott war doch das Pokémon mit der höchsten Verteidigung oder so. Aber Mogelbaum war auch damals wild. Du... Du gießt den merkwürdigen Baum mit der Schickikanne. Der Ba... Oh, shit, Alter. Der Baum greift dich an. Kriegst du einen Backstep, du Huren, Alter. Bam! Oh mein Gott! Warum so stark, Bruder? Nein! Bam! Bam! Oh! Oh! Ja, bitte! Was bist du denn für einer? Verpellst dich! Ich treffe ihn nicht! Alter, hallo! Oh! Achso, ich war auch nicht treu. Oh mein Gott, Alter. Scheiße! Es wird nicht besser hier. Es wird nicht besser hier, Alter. Wirklich. Ich habe ja eben noch gesagt, dass man ja eigentlich alle Gegner relativ easy Snacks so wegkriegt. Und der kommt aber auch immer irgend so ein Köppig an, der auf einmal... Ja, weiß ich nicht, Alter. Hier auf Testo ist oder so. Testo mehr, testo besser. Grundsätzlich. Ja. Aber in dem Fall... Wo soll er denn hin? Der... Ah, da hinten läuft er. Pass auf. Und den Aufladen... Was macht er denn da? Bitte. Ach, du Scheiß! Ich habe ja jetzt vergessen. Das ist der auch so eine Sche... Ah. Digga, verpässt dich doch mal! Die sind Ballettänzer hier. Ja, siehst du? Seid doch. Kein Problem. Wie ist es nicht? Ein relaxes Flöte spielen. Ja, bestimmt ein Fleischpenis, Alter. Seid dir. Eine ordentliche Keule, Alter. Eine schöne Trompete, hör mal. So eine Oboe oder so. Kann man da unten eigentlich... Ach so, warte mal. Ach, da bin ich doch gewesen. Da sind wir doch... Da sind wir doch wissen. Oh, nee. Die ganzen Halunken hier wieder. Eigentlich müsste ich auf euch scheißen, Alter. Scheißene. Und danach duschen. Wo sind denn die? Ach, hier. Und zack. Und rein. Und raus. Nee, warte mal kurz. Du nervst nämlich auch geisteskrank. Kann ich auch, Bruder. Ja. Jalla, Junge. Kein Respekt. Ich habe hier euren Chef getötet, Alter. Da hast du nicht mitgerechnet, oder? Hier. Keule. Ja. Wo ist denn der andere Atze, oder? Und rein. Boom, Alter. Da ist ja noch einer. Zack. Da wäre ja mal interessant zu wissen, wie lange dieser Buff anhält. den ich hier habe. Weil der geht ja auch... Der geht ja auch irgendwann wieder weg. So. 1099. Oh, nee. Äh? Drück doch... Na gut, dass er hier irgendwie keine Ahnung, Alter. Eine Reaktion, die ich aus der Hölle gerade hatte. Über die Trümmer. Oh, Darlene. Wer ist er denn schon wieder? Verpiss dich. Ich habe gar keine Zeit für dich. Lass mich in Ruhe. Na ja, komm mal hoch hier, Bruder. Und zang, Alter. Und da rein. Da sind wir, Alter. Ja, 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 ja. Es muss... Es muss immer so sein. Warum hat der nicht getroffen gerade, der dreckige Zauber? Warum hat dieser Zauber ihn gerade nicht getroffen? Es wäre wieder ein Easy Kill gewesen. Oh. Alter Schwede. Ja, warum, ey? Ey, aber mal ernsthaft. Digga, warum... Warum fliegt der da einfach durch ihn durch? Sick da, Alter. Mega. So, wo sind wir denn hier? Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Du... Du fickst mich niemals. Soll dieser eine Ritter da oben sagen... Ist okay. Soll dieser eine Löwe da oben sagen... Aber du... Du niemals. Warte mal, ich kann ja hier wieder hoch, oder? Ach du Scheiße, Alter. Ist das eine nervige Gülle hier, ey. Wirklich. Oh. Oh, Weier, Alter. Oh, Weier. Ist das anstrengend, ey. Ja, nun fahr, ey. Hoch. Bewege, bewege. So. Bin ich jetzt hier, wo ich gerade eben abgenibbelt bin? Nee, oder? Da... Oh, nee. Nee, nee. Das lassen wir. Und raus. Aber hier kann ich runter. Hier unten bin ich noch nicht gewesen. Ich weiß leider nicht, wie stark ihr seid. Deswegen gibt es erst mal hier... Oha. Okay, 1500. Das ist schon... Das ist schon ein bisschen was. Ja, gucken mit dem Buff. Vielleicht rund. Verpiss. Wo ist er? Oh. Perfekt. Was macht er? Warum setzt er sich jetzt hin? Ich will ja nur die Überreste mitnehmen. Warum pflanzt er sich denn jetzt hier hin? Nimm mit den Aal. Den Glasbiller. Wichtig. Ist hier noch einer von den Insekten hier. Aber... Ah ja, da oben. Aber ich muss sagen, dass ich den Talisman mit diesen Buffs... Finde ich geil. Ist eine geile... Ist eine geile Idee. Finde ich geil. Mit einem Bossfight würde es wahrscheinlich nicht wirklich viel Sinn machen. Oh, Alter. Wollen wir hier drüber? Oh, Alter. Alter. Ja, wenn man im Sommer... Das Fenster offen lässt. Ja, true story. Hier, eine schöne Penner-Torne hier. Was ist los? Oh, ey. Wie kann das sein? Oh, dieses Geräusch ist immer so self-fighting, Alter. Ich habe mir eine ordentliche Handkacke verpasst, Junge. Fliegenschimmel. Der gute Fliegenpimmel, Alter. Hier, erstmal schön. Und ein paar Penner-Tonnen. Upsala. Oh, shit. Äh? Oh, nee, Alter. Ey, yo. Geil. Geil, 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 geil. Ich möchte bitte weg. 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 Ich brauche so eine große Fliegen-Klatsche hier, Alter. Der gute alte Pimp-Snappy, jawohl. Okay, wir sind aber einfach. Aber wir werden natürlich davon zwölf oder drölf ankommen. Hier, schön. Die Penner-Tonnen alle umtreten. Zack, zack. Wir wollen nicht die Obdachlosigkeit fördern hier. Äh, okay. Gib mal her den Aal. Gebrochene Rune, okay. Jawohl. Wenn du mich jetzt hier killst, du Mutten, Alter. Ich schwöre... Äh, ist okay, ist okay. Steig jetzt hier wieder auf. Erstmal hier wieder einen Sip nehmen. Ein kleiner. Perfect, Alter. Und rein. Und rauf. Cool, Alter. Aber mir ist schon aufgefallen, es gibt wenig Gegenden, also bisher noch gar nicht, dass man sein... Wenn man... Also... Langsam, ja, bevor ich hier... Und so. Ähm... Wenn du normalerweise Gegner-Gruppen gekillt hast, dann hast du ja irgendwann deine Flaschen wieder aufgefüllt. Das scheint ja bisher hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Das ist ja bisher überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube auch, es wäre sinnvoller gewesen, zumindest... Ist das hier ein Großer? Ja, ist er. Komm her hier. Und jetzt hau ich wieder gegen die Wand, Alter. Pass auf. Nee, noch nicht. Es wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, dass sich die, äh, drehen... Wie weit gehen die? Bis Stufe 10 oder so, ne? Alter, kann ich den hier runtertreten? Komm. Komm bitte. Geben einfach mal so ein... Jawohl. Und raus. Komm hoch. Ah ja, okay, Bruder. Bleib mal da unten. Ach du Scheiße, Alter. Heilige Mutter. Oh, links? Oh, den Tontöpfen hier, oder was? Oder es steht hier wieder irgend so ein Werner hier? Hä? Oh, nur Moment, du, Alter. Äh? Da bin ich doch schon hergekommen, Alter. Mann, hau doch mal ab hierher. Ich bewerte hier niemanden. Du kriegst jetzt hier erstmal. Einfach. Und rein. Und Stunt. Aber er Stunt hier nicht. Bamm. So, aber... Da oben sind ja meine, meine Sings. Und du meintest, irgendwo soll ich hier auf die Trümmer raufspringen? Okay. Oh, nee. Ich wollte... Oh, nee. Verpiss dich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich sehe, ich bin fast tot. Nein, nein, nein. Erstmal hier kurz. Ein Gönner-G, Alter. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Warte, pass auf. Die... Die Schelle. Oh. Ja. Bamm. Bamm, Alter. Drei... Drei... Zips. Bumm, Junge. So, wir müssen da mal gucken. Ab in Frauenhaus. Zack, zack. So, hier. So, hier? Oder was? Nee, wo? Da bin ich doch schon gewesen. Aber da konnte man auch noch irgendwo. Hinter den... ganzen Föhlen. Da konnte man auch noch... äh... Da bin ich schon gewesen, glaube ich, oder? Andere Seite. Andere Seite? Da oben gehen wir nicht lang. Da ist die Ballerina. Die lassen wir in Ruhe. Der war mir ein bisschen zu stark, bin ich ehrlich. Hier. Komm ich auch nirgendwo hoch. Guck mal, der provoziert mich hier. Ja, du auch, Alter. Das war absichtliche Provokation. Zang, Junge. Aber da unten bin ich... Da unten bin ich doch... Da bin ich doch gewesen. Da sind doch diese dreckigen Fliegen hier. Okay, dann muss ich hier auf der anderen Seite gucken. Aber da... Pff. Ey, gedrollt wird nicht. Wer drollt, fliegt. Andere Seite. Hier irgendwo hoch. Nee, hier kann ich nur irgendwo hoch. Okay. Aber ja... Äh, 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 warum ist denn der denn schon wieder da? Scheiße, Alter. Ich sag euch, wie es ist. Ich mach ihn jetzt mit meinem Messer, Alter. Ich hab keinen Respekt vor dir, Alter. Warum bist du jetzt eigentlich da unten? Hallo? Ich hab ihn jetzt mit meinem Messer... Oh, Mann, Alter. Das Movement. Die Hitboxen sind einfach nicht von dieser Welt. Bis zum nächsten Mal.